Die Gräub Autocenter AG mit direktem Autobahnanschluss in Oberendfelden ist die offizielle Markenvertretung für Ford, Chrysler, Jeep und Dodge. Im grosszügigen Showroom steht eine repräsentative Auswahl an Neufahrzeugen, die optimal auf die individuellen Bedürfnisse der Kundschaft abgestimmt sind. Die Firma Gräub ist mit modernster Infrastruktur, Werkzeugen und Maschinen ausgerüstet. Das sehr gut ausgebildete Fachpersonal ist in der Lage, die Schäden schnell und kostenbewusst zu beheben. Der Qualitätsstandard ist sehr hoch und die Arbeiten werden mit umweltfreundlichen Materialien durchgeführt. Wobei die absolute Farbgenauigkeit bei der Lackierung eine Selbstverständlichkeit ist. Alle Instandsetzungen an den Fahrzeugen werden im Hause ausgeführt und für die Mobilität der Kunden ist gesorgt. Denn es stehen mehr als 30 Ersatzfahrzeuge zur Verfügung. Die Abteilung Rehmobil. Ein Spezialgebiet der Gräub AG. Sie befasst sich mit dem Umbau und der Einrichtung von behinderten Fahrzeugen für aktive und passive Autofahrer. Nach jeder größeren Reparatur und natürlich auch bei Neuwagen wird vor der Auslieferung gereinigt und poliert, was das Zeug hält. Denn zufriedene Kunden und eine freundliche Behandlung, das ist die Devise von Vater und Sohn und all ihren motivierten Mitarbeitern.